Lieber ein bisschen Verheizung an den Leuten, als dass einer runterfällt. Au. Schwere Verbrennung. Schwere Verwundung. Gut. Damit können wir, glaube ich, noch einigermaßen arbeiten, hoffe ich mal. Aber es ist niemand abgestürzt. Hier ist es definitiv nicht so. Ganz schön tief, ja. Das hier ist eine Verteidigung der Zwerge. Und ja, hier sind interessant aussehende Kanonen schon mal eingelassen. Aber ich will die ganz großen Püster sehen. Okay, hier sind Kanonen, die mit irgendeinem Gerät in der Mitte verbunden sind. Da ist unser Freund von Grad ebenso, wie es aussieht. Das ist die Werteidigung. Das ist die Werteidigung. Ich bin einigermaßen. Das ist die Werteidigung. Das ist nicht sehr hilfreich. So, jetzt ist er auch hoffentlich aufmerksam geworden. So. Was habe ich gerade gefunden? Das war ein Schild und ein Helm. Ein Drachenschlundschild. Schlagen drei, bewachend und außergewöhnlich. Das ist was für Ideen. Gavon zeigen die Reise der Pagonen in die Weißmark. Diese Kanonen sind eingefroren und unbeweglich. Mann, haben die lange Läufe teilweise. Du triffst an dir Rad und dein Dampfstrahl trifft dich mitten ins Gesicht. Du taumelst nach hinten und stürzt. Du fährst in Richtung Rauch und Flamme. Du findest festen Boden unter deinen Fößen, auch wenn die Luft um dich herum ein einziger Nebel aus Rauch und Hitze flimmern ist. Hustend wedelst du dir beißend Gas aus dem Gesicht. Als du dich an die rusige Luft gewöhnt hast, siehst du in der Ferne Flammen lodern. Jedes Flackern hüllt dich in die Wärme ein und obwohl es dir schwer fällt, irgendwelche Details auszumachen, kommt dieser Ort dir vertraut vor. Deine Umgebung erkunden. Du siehst durch den dichten Rauch kaum etwas, aber die tanzenden Flamme leuchten einen Stein aus steingeschlangenen Drachenkopf. Es ist die Weiße Esse. Als du dich darauf zubeweigst, kracht etwas Gewaltiges vor dir herab. Du springst zurück. Es ertönt ein Geräusch wie, wenn Metall auf Metall knallt und du spürst ein tiefes Dröhnen durch die dicke Lufthallen. Als du dich wieder aufgerappelt hast, blickst du auf eine gewaltige Hand. Sie ist dunkel und glänzt von der Hitze, aber du siehst jeden Knochen, jeden Muskel und jede Sehne unter dem bronzenen Fleisch in perfekter Harmonie arbeiten. Der Besitzer der Hand ist hinter Rauchfolgen verborgen, aber die Hand selbst ist um einen Stab gelegt, der so dick und robust ist wie ein Baumstamm. Dem Stab folgen. Du gehst weiter, um herauszufinden, was am anderen Ende des Stabes liegt und was für die Donne Musik verantwortlich ist, als die Hand sich wieder hebt. Die Hand kommt mit einem perfekten Bogen wieder hinabgesaust. Ein Turm aus Metall kracht vor dir nieder, Funken und Eisensplitter ringen herab und es ertönt wieder eine tiefe klingende Note. Du erkennst das doch einen gewaltigen Hammerblicks. Der Kopf glüht vor Hitze und Essenz, auch wenn das violette Glänzen verblasst, als Seelenenergie aus dem Hammer gesogen in das Werkstück unter ihm übertragen wird. Das Werkstück genauer ansehen. Als der Hammer sich wieder hebt, alles so nach vorne um zu sehen, was unter ihm liegt. Eine einsame Gestalt regelt sich auf einer Stahlfläche, die so glatt und breit ist wie ein zugefrorener See. Die Gestalt selbst ist gewaltig. Ein Beckvolk aus knorrigem Fleisch und geschmiederem Metall. Seine Arme enden in zwei Stachelkeulen, sein Kopf wie sein stumpfer, augenloser Keil. Sie öffnet ihren Mund und stößt ein geklagtes Ächzen aus. Die Verzweiflung in diesem Geräusch erinnert dich an die Angst und Verwirrung eines Neugeborenen. Du spürst einen plötzlichen Glückzug hinter dir. Du blickst hinauf und siehst den Hammer, dessen Kopf wieder vor Essenz glüht, auf dich zurasen. Du erwachst und spürst warme Kacheln unter deinem Gesicht. Du liegst vor dem Heizkessel, der weiter vor sich hin dröhnt und Hitze durch den Boden des Turmes drückt. Indem dampft ihr aus dem Heizkessel und den Rohr entweichst du jedoch die Dämpfe der weißen Esse. Ja, damit müsste das mit den... Ja. Ich habe einen Heizkessel aus dem Westrum aktiviert, der die Langstreckenkanonen warm hält. Dabei hatte ich eine Vision wie jemand. Ich glaube, bei Abidon in der weißen Esse einen Merkvolk aus Metall und Fleisch erschafft. Ich muss wen gerade berichten, dass der Westrum gesichert ist und die Langstreckenkanonen bereit sind. Ja, die sehen auch jetzt bereit aus. Die sind nicht mehr gefroren. Auch wenn aus Beispiel der Schläuche es zischt. Gravon zeigt die Reise der Parkrun in die weißen Mark. So, das heißt wir wollen hinab. Erstmal zur weißen Esse. Dann kann ich da nämlich nochmal meinen Durgan Stahl spielen. Dann geben wir am Tor Bescheid und dann wird es Zeit zurück nach Stalwart zu gehen. Noch einmal zu rasten. Dann müssen wir uns irgendwie in diese Festung da einschleichen, die da gebaut wurde und den Anführer ausschalten. So. Ach toll, damit komme ich jetzt hoch in die Herrenhalle. Dann wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich gleich zum Haupttor. Aber ja, grundsätzlich mit dem Wachtturm da oben so hoch wie der ist und den Langstrecken, den wirklich Langstreckenkanonen, deswegen haben die so lange Läufe. Könnte mal jede Armee, die irgendwo im Tal anmarschiert und ein Lager hat, unter Beschuss nehmen, da hätte keiner eine Chance gegeben. Ich mag hier mal eine Chance gemacht. rupees . Das war unglaublich. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Die ganze Esse hat Flammen ausgespuckt und der Rauch. Ich habe ihn von hier aus gesehen. Dann sehen wir mal nach diesen Kanonen. Sie reibt die Hände ineinander. Auf dem Weg zur Tür fällt dir plötzlich etwas ein. Was ist für dich? Wir haben es gefunden, als wir die Batterie aufgeräumt haben. Ich habe ein paar Fragen. Was hast du auf dem Herzen? Also, wie funktionieren diese Kanonen? Sie unten ist die Stürmer, welchen es dir doch nur zeigen könnte. Aber alle anderen sind alle über Erkrankungen und Erkrankungen. Also haben sie gesagt, dass ich sie nicht aufheuern kann, bis es eine wirkliche Neuheit gibt. Erzähl mir mal was über den Eisenpfleger. Sie sind vor ein paar Wochen aufgetaucht und haben uns gebeten, die Esse aufzugeben. Ganz freundlich. Als wir ihnen gesagt haben, sie sollen verschwinden, sonst würden wir mit ihnen das machen, was wir mit ihrem Weidwen gemacht haben, wurde es ungemütlich. Sie sind in ihre Festung angezogen, aber sie kommen sicher wieder. Darien hat eine Gruppe aus Stalwart geschickt, um zu verhandeln, aber sie ist nicht zurückgekommen. Sie blickt dich vielsagend an. Es ist also gut, dass du diese Kanonen repariert hast. Wir sind bereit, wenn die Raceraner kommen. Was suchst du hier draußen? Ich passe auf diese Schätzchen auf, damit sie auf uns aufpassen können. Sie blickt liebevoll auf die Kanonen. Du magst Explosionen, oder? In Stalwart habe ich alles gelernt, was Taina über Schießpulver wusste und manches, was sie nicht wusste. Über die war sie nichts, sondern nicht glücklich. Sie ist uns und die Störung wird kurz abgelenkt. Nach einem kleinen Missgeschick in den Minen von Stalwart haben sie mich hierher geschickt, wo ich meine Talente besser einsetzen kann. Erlebt wohl. Ich bin unterwegs auf den Turm. Die Kanonen müssen glänzen. Sie hüpfen sich die Tür hinauf. So. Macht die Kanonen bereit. Menge aber ganz aus dem Häuschen, als ich von den Kanonen gehört habe. Sie ist unterwegs auf dem Westrum, um sie auszuprobieren. So. Jetzt haben wir eigentlich nur noch die Kopfgelder. Ah ja. Und das mit den Kopfgeldern. Gibt es hier direkt einen Weg raus? Ja. Nur den hier unten. Ich muss ja sagen, ich finde es ein bisschen interessant, dass sie hier angefangen haben, die Festung zu erneuern. Aber hier unten das Problem. Also hier unten haben sie nicht aufgeräumt. Hier ist alles noch Blut von Blutiger Leichen von den Laguffev. Oh, ich kann direkt in die Gießerei reisen jetzt. Hm. Praktisch. Wir machen den Abstecher zum Weißsteinsenke. Damit ich dort das... Damit wir dort das Kopfgeld holen. Und dann geht's noch so einfach das Kopfgeld abgeben und rasten. Und die andere Quest abgeben. Also die andere Aufgabe. Vielleicht ist das Rest in Ordnung? So, jetzt ist die Frage. Rotwasser Laguffev. Die sollen irgendwo... hier am See leben. Ich höre hier etwas. Mal gucken, ob ich hier auch was sehe. Und ja, ich weiß, meine Leute sind ein bisschen angeschlagen. Okay, hier ist nichts. Ah, hier sind sie. Hier ist das. Vielen Dank.